also das wird alles gemacht doppelte geschwindigkeit bitte die müssen alle weg hallo hallo zwerg haben wir nicht gerade eben sehr komisch zu 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 alles schön zu machen soll alles flach sein und töte das blaue wildschwein so springbrunnen bleibt da der zauber ist immer noch aktiv gewesen ist ja komisch also wir hätten hier mehr bäume dann später hier überall mehr bäume das muss auch noch alles weg dafür kriegt ihr auch ruhig ein portal dazu das weg das weg das weg das weg schnecke weg weg genau weg 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 schon wieder am naschen zwischendurch ja apropos wie sieht es mit essen aus also doch okay hält sich allerdings in grenzen wir hätten gerne ganz viel gegrilltes fleisch wofür wir keine kohle haben so also die ganzen frisch gepflanzten wälder hier können wir gleich wieder abholzen wobei diese zweier dinge die lohnen einfach nicht na gut vielleicht kommt ihr hier genug bei rum die bäume müssen eh weg so das portal ist nicht alt so weit weg das kleine stückchen können sie laufen au 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 Also in den Kommentaren wurde geschrieben, dass ich doch nicht immer die Tränke drücken müsste, sondern dass man einfach das bei denen ins Inventar schiebt und die Zwerge trinken das dann selbstständig. Aber irgendwie machen die das nicht. Du kriegst mal kurz den Zauberstab. Den nutzt du trotzdem nicht. Ich glaube, da ist was. Verpackt. Ja, also es soll definitiv dahin, aber sie nehmen es einfach nicht. Den nicht benutzen. So, ich nehme wieder das Schwert. So. Also das muss man mal auch überhalten. Eventuell geht das ja in ein, zwei Patchen. Momentan aber halt nicht. Äh, Bau Erde. Weg. 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 Oh, da unten müssen wir sogar aufschütten. Ist ja ganz ungewohnt. So, Dirt weg. Rrrr. Stipp. Stipp, stipp. Wir haben schon eine Tür weggehauen. So, hier sind schön große Bäume. Alles, was größer ist als zwei, wird jetzt mal weggehauen. Und die Lücken werden hoffentlich durch ein Baumwachs-Zauber wieder gefüllt. So, du, du und hier sind richtig schön Lückener. Ja, du kannst auch weg. So. Mäh. Portal, portal. Mäh. Alle fleißig am Töten und Hacken und Fällen und überhaupt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und was sagt eigentlich der Techbaum? Techbaum sagt, wir sollen das runde Buntglasfenster endlich mal hinstellen. Dann machen wir das doch mal. Klopp. Bau rundes Buntglasfenster. Jetzt hätte ich gerne wieder Stuck. Bau das runde Buntglasfenster wieder aus. Ähm, Moment mal. Nicht so. Das geht wieder schief, das weiß ich. Erstmal weghauen. Dann hinbauen. Und. Zwei runde Buntglasfenster. Das hier kann man irgendwie aufmachen. Sehr toll. Äh, du, da, du, da, du, da. Vielleicht ein bisschen mehr Farbe. Rundes Buntglasfenster Nummer zwei. Da. Glas, Farbe, Holz, Stein. Oh, warte. Stopp, 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 stopp. stopp weg mit ihr tut mir leid dass du es gerade angebracht hast das muss gleich wieder weg dafür muss das da wieder hin und das stück schon wieder ausgewählt werden dass gleich wieder abreißen können hast du die tüten der zwergentechnik beziehungsweise forschung und ja du bist krumpig 98 prozent sehr cool trotzdem muss das fenster jetzt wieder weg genau noch weg macht das wieder hin wieder grumpig du willst grinsen genau wir sind jetzt fertig goldrüstung noch die kohle fehlt so klar wir haben mit wir haben gold wir haben sie war und es fehlt kohle dahin so kohle die holzhack aktioniert fast gar nichts gebracht ja alles ab auch wenn das nur zwei räume sind die kommen alle weg und da kommen da ein zwei baumwachs zauber drauf und dann ist gut so gib ihm alles entholzen stirb so das sollte reichen irgendwann schon an kohle machen ja kohle auch hoch transportieren ja sobald das ding da ist machen wir die goldrüstung hier nicht goldhelm da goldrüstung da also gold stahl stahl kohle wenn das ding angezogen wurde sind wir fertig mit dem tag baum und ich hoffe es gibt denn irgendeinen bonus dafür dass wir alles geschafft haben sonst wäre das doch ein wenig mauer sehr gut gleich die richtig großen bäume ein bisschen arbeit abnehmen ist doch okay man haben wir doch ein wenig jetzt ausrüstung ein zwerg fehlt noch glaube ich schwert axt gute pickel helm dass da lederrüstung das ist nicht so toll wir haben noch recht viel laufende stahlpanzer rum weder silber noch gold noch mit riel das ist nicht ganz so schön aber gut bäume holz einsaugen du weg unsere fahrstühle das geht alles noch nicht ganz so auf wie geplant weg mit dir aber wie gesagt diese ganzen feinheiten werde ich später auf kamera machen wenn wir die gröbsten sache abgeklappert haben weil jetzt das aktiv zu machen würde viel zu lange dauern so klein bisschen zwischendurch kann ich mich verkneifen so die wasserdinger müssen immer noch mal aufgefüllt werden eigentlich müssten die tesla türme auf einer brücke stehen wurde mir gesagt dann können sie mich auch nach unten schießen wobei das schon fast ein wenig zu unfair wäre neuer wald zauber und ausrüsten du bekommst jetzt die goldrüstung ernst da wo ist die goldrüstung hat irgendein zwerg jetzt entführt oder wie hunter so weil ich ein kampfbefehl gemacht habe wurde das dann abgebrochen aus schmieden oder sie ist irgendwo runtergefallen das fände ich so schön ausrüsten nö wurde nicht hergestellt geht jetzt irgendwann zurück zur schmiede macht das zu ende oder muss ich ganz neu anfangen wurden die ressourcen verbraucht ja wurden sie das ist nicht ganz so schön sollte ich mir allerdings mehr auf die zukunft wenn wegen was ganz teures herstellen nicht den auftrag irgendwie unterbrechen wusch 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 das ist ne menge holz so neuer wald also ja nicht großere aufträge irgendwie unterbrechen sonst sind die ressourcen weg und man bekommt nichts ach ne der ist hier sehr gut also hier bitteschön rüste goldrüstung aus und das war's auch komm schon hätte wenigstens eine fanfare kommen können oder ein bild von jubelnden zwerg oder ne teckbaum fertig ja einfach steaks essen zur feier des tages menno so steaks 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 was haben wir uns das noch vorgenommen wir wollten unten nach interessanten räumen suchen ist das hier ein interessanter raum oh warte mal wir haben dafür noch einen zauber da kommt was zauber also gehen wir mal hier hin und machen den zauber ich hoffe er erwischt es in den portalraum aber wenn er auf dem portalraum zeigt heißt das ja eigentlich nur dass kein anderer oh links unter dem portalraum scheint was zu sein okay dann hätten wir doch gerne hier ein paar portale und da einen weg durch wenn die zwerge sich denn dazu begnügen würden hier ein wenig zu graben jungs jungs das ist wegen dem holz noch oder ja hier total dich saugen wir ah wir konnten das dirt endlich wegbekommen sehr gut so ist noch irgendwas zum einsammeln da ja hier so jetzt müssten die zwerge nichts zu tun haben genau tappsen mit dem fuß und wissen was sie machen sollen geht mal in das portal hier rein geht nach hause springt ihr das andere portal und kommt dann hier unten raus so jetzt haha nur hämchen bessere pickaxe wäre auch nicht schlecht ha ausrüsten äh du hast leider keinen platz mehr frei sonst könnten wir jemanden miner geben wir haben noch ein paar bergarbeiterbücher oh na gut nicht nicht ein das kann doch jemand anders machen sollte durchgehend jemand hier hauen nicht ein bisschen hauen ein bisschen laufen ein bisschen hauen ein bisschen laufen hauen 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 verrucht weg zu finden genau weiter 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 entfernen den steinsessel spinnenweben spinnenweben komisches landschaftsbild säule glasschrank warum nicht oh hunter töten portal schafft alleine zack so weg mit dir weg mit dir wir plündern den ganzen dungeon weg mit dir spinnseide ist immer gut weg mit dir könnte dir mal aufhören das alles selber nach hause zu bringen geht ja gar nicht so hier ist Ende der Karte ich denke wenn ich oh oh einfach Modus wo ist der dobe da stopp Lager da nom 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 da Brängung Feuerball ah weg ok das müssen wir unbedingt in der Hotkey Leiste lassen bis er das nächste Mal wieder hier ist da wird wir nicht so von ihm überrascht werden So, da bitte weiter gucken Also ja, das war auch noch einer von unseren Meilensteinen Wir wollen versuchen das Ding da rum zu bringen All diesen Riesenwurmen Den Drachen wollten wir auch noch töten, den nächsten Eventuell ist es sogar ein richtiger Drache Und nicht so ein Drachenwelpe Du bist wieder ein Welpe Hallo Komm her Gib ihm Ähm Jungs Danke Was?